Herzlich Willkommen zurück zu Common and Conquer, Underseek. Hoffentlich spricht man das aus C&C, weiß ich was das ist, weil das sind die letzten zwei Missionen. Dann sind wir durch. Okay. Okay, wir sind eingeschlossen von GDI. Okay, Luftangriffe kommen. Okay, sieht hoffnungslos aus. Ich hoffe, es ist eine machbare Mission. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Bitte jetzt nicht irgendeine Mission, wo ich hängen bleibe. Also, die letzten zwei werden wir, die müssen wir schaffen. Okay, so. Okay. Okay, Geld ist alle jetzt, super, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rauf und schauen mal, was passiert. Ich weiß halt nicht mal von wo die kommen. Wahrscheinlich von überall, ne? Ja. Ist jetzt erstmal ein bisschen rumprobieren. Ein bisschen... Alter. Ein bisschen rausfinden, was hier abgeht. Jo, okay. Ne, aber den erstmal weg. Ganz gefährlich. Und das weg. So, ich glaube, das waren alle. Ja, super. Das wird ja mal was. So, das waren alle Einheiten, die ich hatte. Ja, sehr gut. Ich meine, ich kann hier Sachen verkaufen. Oh, das wird wieder... Das wird wieder nicht einfach werden, ey. Das wird nicht einfach werden. Das sind Luftangriffsdinger. Okay. Kaserne haben wir hier. Was war denn das Gebäude eigentlich nochmal? Können die hier bauen? Könnte meine Base verlegen. Können wir eigentlich einen TB-Umsucher bauen? Ja, können wir. Okay. Schwierig, ey. Da ist einer. Weiß nicht, ob der uns hier hinten irgendwas bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Ich muss Gebäude wegnehmen. So, okay. Nein, hat er nicht gespeichert, oder was? Okay. Gehen wir hier nochmal rein. Könnten... Könnt ihr erstmal schauen, ob TB-Ums da ist. Wenn TB-Ums gar nicht da ist, wäre es okay. Das ist kein Weg, den wir gehen können. Das wird nicht so speichern, haben wir es jetzt, ich hoffe. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach links. Schauen, was hier so ist. Bevor ich jetzt gucke, welche Gebäude verkaufe ich wie und so. Das war schon. Okay. Geht mal durch. Wir wollen mal sehen, was hier noch so kommt. Interessant. Achso, sind alle, oder was? Das könnte auch sein. Okay. Okay. Hier ist die Jedi Base. Interessant. Haben wir da schon... Hier sehen wir noch nix. Ja, fahr einfach mal rein. Ne, 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 ne. Fahrt mal durch. Hier, ich könnte hier mit einem Ingenieur arbeiten. Ich könnte das wegnehmen. Interessant. Achso, und hier sind die anderen. Ich glaube, das war alles. Auf der Karte. Aber vielleicht kommen wir noch einmal durch, um da neu laden zu müssen. Sehr gut. Okay. Ah, okay. Und hier ist die Beom auch noch. Interessant. Und gar nicht, weil so wenig anscheinend. Wow, okay. Das heißt, du müsstest bloß oben irgendwie rauskommen. Und dann hast du es geschafft, ne? Okay. Das sieht auf jeden Fall machbar aus. Genau, einen Plan habe ich noch nicht. Man könnte auch immer mal einen angreifen lassen. Gucken, dass die in die Base reingehen. Ich dürfte auch erstmal so viel verkaufen, wie irgendwie geht. So, warten wir. Läuft mal weiter. Wir wissen, dass die Auffällte sind. Und Airstrikes kommen ja dann auch anscheinend. Vielleicht die einfach aushalten. Schwer zu sagen, ey. Superschwer zu sagen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was unsere Strategie sein wird. Haben wir hier noch irgendwas? Tiberium? Haben wir so ein bisschen? Ne. Okay. Dann war das alles. Glaub ich. Oder? Kommt hier unten noch was? Vielleicht auch ein GDI-Boot, was uns hier noch wegballert. Dann könnt ihr fast nochmal Missionsdetails lesen, aber denkt mal einfach irgendwie Gegner auslöschen. Das ist, wenn die Kirche weg ist. Können die sich oben selbst verteidigen? Ne, ne? Ne. Schade. Ah, guck mal, guck mal. Wie viel Kohle gibt es? 2000. Und hier hast du das. Okay. Okay. Und hier hast du nämlich auch Tiberium. Schau mal. Yeah. Und Garn. Ja, okay. Schon ein bisschen was. Yeah. Das heißt, wir müssen die aber irgendwie wegbekommen. Ah, okay. So, da haben wir die, da haben wir die. Ich glaube, hier oben greifen sie als erstes an. Könnte sein. Yeah. Hm, wir haben ja mal aus der Luft angegriffen. Was ist, wenn ich den hier erstmal verkaufe? Okay, da haben wir gleich Leute. Da können wir eine Bombe mitmachen. Das ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Hier brauchen wir eigentlich auch nicht zwei. Brauchen wir eigentlich auch nicht. So viel Kohle gibt es aber jetzt auch nicht. Hm. Ja, wir bräuchten eigentlich Tiberium. Das müssen wir uns dann schon leisten können. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Wir müssen jetzt aber mit den Truppen irgendwie mal... Ja, ich probiere mich jetzt kurz mal aus. Die bringt gar nichts, oder was? Ah, gut. Ähm. Ja. Vielleicht die Hand weg? Wie viel bringt die? 600 oder was? Okay. Ich glaube, die bringen gar nicht mal so viel. Oh doch, die bringen eine ganze Menge. Okay, könnte ich das wegnehmen und könnte... Das hier vielleicht auch wegnehmen. Hat man die 2000, könnte man ein Tiberium Dingens bauen. So, derzeit Ewigkeit nur ohne Kaserne. Äh, Mist. So, warte mal. Jetzt könnten wir dich mal hier instellen. Vielleicht hier, genau hier so. Haben wir noch einen von denen? Guck mal, das ist normaler Panzer. Den könnten wir noch mit hinstehen zur Abwehr. Stellen wir hier mit hin. Ähm. Die vielleicht auch hier so mit hin. Da schicke ich jetzt einfach meinen los, oder? Ja, komm. Wir testen mal. Ich war nicht so, ich war nicht so, ich speichere hier mal. Ich bin ja jederzeit, äh, neu dran. Also, die Missionen. Also, die Missionen. Beste halt ohne reparieren und was schaffen, ne? Geil, okay. Schon mal ganz gut. Ja, mit dem Erstfall-Thema müssen wir uns echt mal abgeben. Wenn die weg wären, wäre schon ganz cool. Okay, super. Okay, super. Okay, okay, okay. Und warte mal. Ah, von der Theorie? Das war mal austesten. Was war nur los? Und wo? Ah, könnte ein Erstfall gewesen sein. Okay. Was ist wichtig? Jetzt mal hier ein Steller? Okay. Nee, nee, dann... Pass auf, was sie müssen. Okay, okay, aufpassen. Hm, nee, dann bleib mal hier. Ja gut, halt auf. geht er stelle ich dich mal hier sehr gut jetzt weg 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 aufpassen sehr gut weiss nicht ob das der richtige weg ist gut das ist zumindest bald fertig ich weiß einfach mal jemand mal gucken Schickt euch mal hier, dann solltet ihr gleich den Rückzug antreten, sobald es geht. Erstmal schön aufteilen, sobald die anvisiert werden, jetzt. Ah, ok, die kommen aber auch nicht raus, mies, 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 wir probieren das mal. Soll ich alle nehmen, komm, oder? Ne, warte mal, ich nehme einfach nur die hier. Mal sehen. Jetzt glaube ich absolut schwachsinnig, aber schon. Na ja, stellt euch da nicht direkt vor ihnen. Das Spiel hat einfach geleckt, war unvorbereitet oder was? So, die kommen jetzt von da, ok. Ist das ok? Ja, nicht gut, wenn die jetzt da angreifen. Wenn ich könnte jetzt hier mal den hinbauen. Nehme die wieder. Jetzt mal hier drauf, dass ich die nehme. Jo, alles klar. Das ist ja mal richtig krank, was hier abgeht. Alter. Jo, und ihr? Auch mal mit drauf? Jo. 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 Okay, auch nur irgendwie ne Strategie, die ich aber noch nicht habe. Gut, wir haben halt keine Basemen, das macht's schwierig. Macht's richtig schwierig. Okay. Zerstören. Nein ey, nein ey. Das der Nuklearschlag so wenig macht, ey. Wie komme ich denn hier am besten raus, oder? Aber der muss da mehr Reichweite haben. Ja. Ja, das ist ja. Was hat der Niveau in der Natur? Ja, sicher. das war dumm der anderen panzer ja was machen hat den dafür zaubern war eigentlich demnisch schon wieder kommen jetzt von oben einer ist zumindest weg ich weiß es nicht warum stoppt der denn noch na klar wir gehen das war ehrlich schaut euch das zu haben sie weg gemacht ich meine wir können es mal testen hier vielleicht greifen wir aber auch erst an sobald die nuklearwaffe drauf hat ist halt einfach immer noch nicht weg ne was ich muss eigentlich die base damit zerstören ne dann haut erst mal einen kleinen hier weg ja ich dachte so ein schneller ok schön laufen schön laufen schön laufen ok jetzt greifen sie nämlich von oben an naja ich darf nicht alle wegnehmen so krank er ist so krank mal sehen wenn ich sie jetzt bekämpft bekomme ja könnte es gehen sehr gut macht dann der feindliche erntesucher dort ok ok das an tot ja ok ach mist so naja hier auf erstmal schön laufen schön laufen laufen ok 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 sehr gut so dann haut ihr mal das weg achso die weg ja ich krieg den leider nicht der durfte halt nicht weg der durfte nicht weg schade aber war besser war besser ne war besser schade jetzt kann ich nichts mehr machen ok ich dürfte im besten fall nicht alle wegnehmen sonst krieg ich halt von hier probleme was ist wenn ich oben nur wegnehme oder ich muss halt wirklich so nacheinander irgendwie abfrühstücken ja auf 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 oder auf auf ach auf 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 Naja, er müsste den schon wegbekommen, das ist schwierig, ansonsten ist es schwierig. Hierfür reicht jetzt die Power, ok, schwierig ey, mal sehen. So, die sind weg, könnte ich euch halt schicken, aber dann werden auch die anderen angreifen, ne? Ja, fliegt oben rum, klar, lasst euch einfach töten, aus Prinzip. Oh, Mann ey. Es könnte was werden. Ich wusste gar nicht, dass das so gut klappt. So, jetzt mal gucken, was hier passiert. Ok, die greifen aber komischerweise nicht mit allen an, weil hier noch einer steht, ne? Warum regenerieren die sich? Das ist mir nicht so ganz klar. Ich könnte halt noch Fahrzeuge bauen, so bei der Küche unten gibt es auch Kohle. So, andere Taktik wäre, wie teuer sind die Teile hier? So, warte noch, ok, warte noch, warte noch. Oh, schon zu niedrig, so Obilisten kann ich nicht mehr bauen. Mist, 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 Mist. Das ist auf jeden Fall machbar. Ich guck jetzt gleich mal, was ich wegnehme. Das mit den Luftangriften ist halt echt hart. So, warte mal, wir haben jetzt 0. Wir disken, würde es gehen. Wie viel? Hörst du eine? Ich hoffe, dafür reicht die Power aus. Hm, interessant. Ja, dafür reicht die Power aus. Und wer ich davon dann noch einen hätte, muss halt erstmal irgendwie runterkommen. Dann gehen halt sofort die Luftangriffe los. So, mal sehen, wenn ich den jetzt hier hinsetze. Hier hinter, so hier. Vielleicht so hier. Zu wenig Power. Das heißt, ich müsste noch eine Kaserne bauen. Hier. Ist das nicht so eine besser? Wir bauen jetzt so eine Kaserne. Dafür. Ne, ne, ne. Mach weiter. Hm. Okay. Okay, 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 okay. Hm. Dann nehme ich erst mal das Reparier-Ding weg. Wenn so einiges könnte ich neu bauen, ne. Was ist, wenn ich den hier wegnehme? Und zwar dann teuer, klar. Definitiv. So. Eigentlich alles machbar so. Okay. Das heißt ja, ich speichere immer. Ja, funktioniert hier halt schon mal. Jetzt will ich halt hier so eine Gruppe losschicken. Am besten auch direkt schon gut gesplittet. Ah, nee, nee. Warte. Ja, genau. Ihnen. Ja, sehr gut. Mach doch. Warte. Alter. Alter. Hört jetzt jemand an. Ich hoffe. Sehr gut. Versucht reinzukommen war nicht gut. Sonst würde ich den hier gut verteilen. Hier vielleicht. Wir dürfen halt die Base nicht zerstören. Okay. Vielleicht ist das okay. Okay. Vielleicht ist das okay. Muss ich wahrscheinlich alle. Okay. Ich habe zumindest mal so einen provoziert. So. Und was ist? Ich musste die irgendwie hergelockt bekommen. Ist schon schwer, wenn die Viecher alle da sind. So schon mal ganz gut. Dann müssen wir eigentlich mal genau jetzt hier zurück. Zurück. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Okay. Speichern. So. Jetzt muss man gucken, dass wir den hier kaputt bekommen. Oder zum Wanner erstmal triggern. Na ja. Ist ne Idee. Ist ne Idee. Ist ne Idee. Sehr gut. So. Ja. Ja. Yeah. Got it. So. So. Komm aber wirklich nicht mit, schade eigentlich, was ist wenn ich den hinstelle, so dass er irgendwie was anvisieren kann. Du wirst mich jetzt nicht ab. Sehr gut. Gehst du wieder hin? Ja genau, drehen. Einmal drehen. So, perfekt. Perfekt. So und wenn du jetzt schaffst zu entkommen. Ah, okay. Wird aber trotzdem gehindern. Sehr geil. Jetzt müssen wir einen anderen halt auch irgendwie noch triggern. Oder der Tiberium-Sucher kommt so vorbei. Das müssen wir jetzt mal austesten. Okay. Mal sehen, ob er verfolgt. Oder nicht. Interessant. So, was machen wir denn? Feuerpanzer haben wir auch noch. Könnte jetzt alle raufschinken, was aber auch, glaube ich, Quatsch wäre. Traut er sich nicht. Traut er sich nicht. Bitte bitte. Kommt er mit? Ne, erstmal nicht. Komm hier, Graf ihn an. Komm, renn, 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 renn. Sehr gut. Okay. Okay. Interessant, interessant. Ist ja alles gut. Ist ja schon. Speicher jemals. Wie es weitergeht, erfahrt ihr am nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super, super gern Dom nach oben. Euchen wunderschönen Abend und bis dann. Appetit ja auch auf jeden Mal. Amn, wie viel Spaß macht. Amn, wie viele Leute. Haben Sie auch mal. Vielen Dank.